guten tag liebe leute ja es gibt eine neue folge clash royale und zwar nicht mehr so hardcore empfehlen hoffe ich habe ja ich habe mich auch selber da hochgespielt 1900 pokale ich hoffe natürlich ich verkack es jetzt nicht mit plus text plus ich muss denke ich mal auch sagen dazu ich gehe fast davon aus dass es wirklich nicht einfach am boost text liegt weil ja ein großteil muss ich wirklich auch sagen ist eventuell nicht mal ja wie soll ich sagen nicht mal das deck also ich denke wirklich das meiste ist halt wirklich das können also sprich auch einer in arena 5 oder sowas kann mich halt mit seinen truppen abziehen wenn er halt einfach mal besser spielen kann so da kann ich halt auch im königsriese haben genauso wie ich jetzt mittlerweile schon welche mit dem königsriese an die wand gespielt habe wo ich mir sage ja wenn du beim ersten mal siehst dass das nichts wird dann lasst das doch bitte hier ich übelst hart zweimal hintereinander gefällt aber hier sieg sieg niederlage sieg unentschieden sieg sieg niederlage niederlage sieg 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 also lief war wirklich in ordnung und immer mit dem gleichen deck weil ich damit dann gut hingekommen und dann konnte ich das so ungefähr eintakten wie sieht es aus mit welchen gegnern wird man angegriffen ich quatsche nicht weiter wir wollen angriffe sehen und wir wollen nicht irgendwelche friendly fights sehen das weiß ich ja ihr wollt sehen wie ich wenn dann halt richtig die aufs maul bekomme oder eben nicht so jetzt warte ich und droppe hier meine das geht natürlich zum beispiel mit dem iphone sogar schlechter das kann man hier mit bluestacks jetzt momentan besser machen und jetzt würde ich fast sagen ich würde gerne die barbaren vorschicken und hier gleich elixiersammler gleich gebaut fertig so ist glaube ich clever weil ich mit der musketieren das nicht aushalten kann also ich kann den nicht wegdeffen ja das ist halt so dann sind klar dann da würde ich jetzt mal echt den riesen nehmen gerne klar ich hätte jetzt auch natürlich den den magier nehmen können aber ich dachte mir ja probierst du mal mit dem riesen dann hat wirklich peckerchen wenigstens äh kein schaden bei mir angerichtet musketieren sollte das hier halbwegs defenden und hier magier gleich noch mit hin ja läuft zack ja sehr gut passt ist okay gleich egal wie es ausschaut gleich wieder elixier schade dass der down gegangen ist ich lasse die jetzt rankommen ich lasse die rankommen ich lasse die rankommen ah schade ja komm dann muss hier den müssen wir ja irgendwie ablenken und dann mit den barbaren so ist das halt weil hast du erstmal einen hit kassiert mhm nicht so lustig ich warte normalerweise hätte ich gleich ja okay oder so aber wir geben ihm trotzdem die chance wir rushen jetzt nicht gleich hart genau er ist wieder dabei also er hat keinen verlust dadurch gehabt naja vielleicht ein bisschen aha man hat ein gift junge du hast ein gift sag mir das doch hätte jetzt auch nicht not getan ja das ist gut gewesen das ist sehr gut gewesen und ich sage scheiß drauf ich will den auch wenn der riese rankommen sollte ich möchte gerne äh ja nicht nicht gleich alles droppen sondern wirklich vorsichtig vorgehen riese kann schon mal gemacht werden hier der drache sollte down gehen pecker nicht das peckerchen ja sehr gut gewesen magier hat äh seine leben behalten das ist gut musketieren hinten ran jo passt und gleich wieder elixiersammler ich habe das oft gesehen dass auf einmal das habe ich auch bei anderen leuten gegen die ich dann gewonnen habe auf einmal merken die ach ja hier meine meine kombo läuft ja ich ziehe den locker ab das ist ja gar kein thema hier ich hätte den vielleicht sogar noch aber ist ja egal so ich ziehe den hier ja ohne probleme ab und lasse das mit den elixiersammlern bauen weil ich brauche ja weitere truppen und auf einmal lege die stimmung um ich habe schön weiter meine elixiersammler gebaut und auf einmal ja zack bin ich vorne das ist natürlich ziemlich geil dann jetzt sehen wir hier sogar schon 1965 1965 und ab 2000 glaube ich genau wäre ich sogar in der königlichen arena dann nur der gefrorenen Gripfe also wie gesagt bis hierhin will ich noch gar nicht denken aber was wirklich mein 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 Ziel erstmal ist ist halt wirklich auch wenn ich schon in der bauarbeiterwerkstatt bin mich da wirklich schön zu etablieren und eventuell dann Richtung nach oben klar logisch sehr gut dass ich hier den elixiersammler gleich habe er hat ihn vorher gehabt da kann er jetzt natürlich nichts anderes droppen erstmal ich setze ihn da weil es könnte ja sein dass er einen feuerball hat und dann sogar meine truppe und der elixiersammler was abbekommt er müsste eigentlich langsam eine truppe droppen passt ist in ordnung ich denke mal das ist ja genau genau dann hätte ich nämlich das problem gehabt er hätte meinen elixiersammler getroffen und meine musketierin gleich mit gehittet hätte ich ja richtig bock drauf gehabt ich kann mir vorstellen dass er gleich von der seite anfangen wird zu rushen ne er geht von ok hätte ich nicht gedacht ich hätte wirklich gedacht er baut sich dann hier richtig hart rauf aber gut das sollte ja genau drache ist gleich down elixiersammler gleich den nächsten den hat er verpennt habe ich natürlich jetzt definitiven vorteil auch wenn ich hier guckt mal hier guckt euch das bitte an gebt euch das bitte und musketierin ist weg und ihr wisst ganz genau wie hardcore mäßig die reinsplä er hat den königsriese ich muss ihn richtig hart rannehmen weil er mich sonst ran nimmt aber richtig da muss man natürlich dann echt richtig hart splashen mein tower ist so gut wie down junge und ich habe noch gar nichts gerissen noch gar nichts also ich würde mal sagen er ist mir haus hoch überlegen ich muss jetzt gucken dass ich noch schnell den push weiter ziehe denke ich ich hoffe es war kein fehler mache ich jetzt naja die sachen sind verloren die truppen waren jetzt da in dem bereich nicht so toll leider jetzt warte ich halt gut gewesen passt auch magier zu barbaren das ist in ordnung dann setzt man sobald die durch sind nicht so schön jetzt reiße ich zwar die barbaren auseinander dort aber habe ich auch nichts von das bringt mir keine punkte kann ich mit dem magier was anfangen ja doch kann ich denke ich ich der königsturm hat genug der hat genug zeug die kobolde werden garantiert viel zu schnell weg gewesen kann ich den ah die kobolde ich kriege jetzt kriege ich den magier aber das ist viel zu spät schade der der königs riese hat mich richtig hart getroffen auf jeden fall das war ein ja ein klarer ein klarer verlust oh nur 19 pokale minus das ist gut da hauen wir gerne mal einen riesen raus und nebenbei super super vielen dank dafür dass es wieder so viele im klaren sind da geht es natürlich dann mit dem spenden richtig 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 schnell einschaffen wir bestimmt noch 1914 ich denke alles was über 1800 ist ist vollkommen okay das ist jetzt ein guter anfang ich kann jetzt gleich den magier bauen wenn ich halt sehe wie er angreift vorteil auf jeden fall bei mir meiner meinung nach dass ich halt gucken kann was baut er weil ich ja sozusagen im nachteil schon mal bin also weil ich ja schon mal sozusagen truppen verballert habe und er ja dann setzen muss normalerweise hätte ich gleich wieder hinterher geballert gleich wieder rausgehauen die truppen gechillt wie sagt max das spiel langsam aufbauen gleich noch ein elixirsammler weil was soll er machen jetzt müsste er langsam mal kommen ok ah ok jetzt hat er naja gut ok valkyre sollte mit magier und hier aber wieder auseinander also das habe ich auch definitiv schnell gemerkt dass wenn ich die truppen halt direkt nebeneinander raus droppe dass ich da ganz schnell ein problemchen kriege das ging gut konnte der überhaupt noch einen hit setzen ich glaube nicht jetzt jetzt riskiere ich es mal wirklich die barbaren vor magier hinten her und das ist schön das ist geil weil der turm muss natürlich auch mal eine in die fresse kriegen sehr nice der zweite die zweite elixierpumpe die ich einfach mal am start habe die zweite bitte die zweite ja die zweite also das ist schon ziemlich geil magier schade hat er gekriegt auf jeden Fall jetzt ist die hexe abgelenkt und zack ich habe diese billigen kobolde genommen diese billigen kobolde und ziehe ihm damit seine hexe komplett weg so nice so extrem nice schnell weil sonst ist hier wieder unentschieden habe ich keinen bock drauf will ich gar nicht erst jetzt will ich trotzdem nach vorne gehen ich hätte nämlich sonst gerne eigentlich die den elixier sammler genommen genau den nehme ich jetzt auch wieder ich will ja weiterhin mein elixier im vorsprung haben definitiv das will ich nicht abgeben jetzt muss er hier den turm verteidigen und ich kann mich jetzt hier langsam beschäftigen damit wenn er jetzt sagt gut okay ich hitte den turm komplett dann wäre es nicht weiter wild weil dann mache ich einen three star so elixierpumpe rein auch wenn er mich hier hitten könnte und warten warum setzt du die hexe da du machst es du machst es auf jeden fall junge du machst es ah schade mit der walküre die kann hier guckt mal goblins zack sollte passen wieder elixier sammler ah jetzt im harten spiel ei 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 jetzt ist er ganz schön hart dabei er hat richtig richtig gut gekontert hier den bomber lasse ich ah schade auf meinen elixier sammler kommt dann dann äh gehen wir auf seinen turm ah mit den truppen nee das wird nichts mehr da hat er ganz schön äh ganz schön aufgeholt ich dachte oh ja passt noch passt noch aber das soll's komm Schwein gehen wir auch raus das soll es gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seht seid beim nächsten mal wieder dabei haut rein ich wünsche euch was haut rein ciao ciao habe ich jetzt zweimal gesagt hört sich irgendwie creepy an aber egal ciao